Ach du Fuchs, du Käsefuchs. Ja, bitte. Alter, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Das ist ein Zombie. Oh Gott, lass dich von dem mal nicht fressen. Naja, also gefährlich sind hier jetzt ja wirklich nur Creeperhalter. Ja, das stimmt. Weil die uns die Hütte wirklich am Arsch machen, wenn hier... Wenn hier irgendwas schief geht. Okay, wir haben einen Knopf und da mal auch einen Knopf. Einfach mal einen Knopf drückt. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Okay, hier läuft irgendwas. Wenn ich hier drücke, läuft hier irgendwas durch. Und aktiviert da kurzfristig was. Okay, warte. Wenn das da durchläuft, dann muss man wahrscheinlich den zweiten Knopf drücken. Also, bis zum Beispiel... Was macht denn der zweite? Der gibt hier Saft drauf? Der gibt da Saft drauf, genau. Dann leuchtet das da oben, aber nur kurz. Der macht die eine aus. Ja. Naja, ich drücke hier mal. Und dann siehst du ja, läuft das hier durch. Ja, ja. Und geh mal zum Knopf. Geh mal zum Knopf. Ja, ja. Ich bin... Okay. Und drück. Das war ein Ding zu spät. Das war natürlich zu spät. Okay, nochmal das Ganze. So, hier läuft es wieder durch. Und kommt, 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 kommt. Und drücken. Oh, ich glaube, es war wieder zu spät. Schon wieder zu spät? Ähm. Oder was denkst du? Ja, ich habe doch keine Ahnung von Redstone Scheißer. Das weißt du doch. Ja, perfekt. Ja, wie jetzt? Zu kurz nur. Oh je. Das ist aber Mörder. Das ist aber Mörder kurz. Vor allem kommst du ja nur allein da durch. Ja, okay. Ja, gut. Ja, also gelöst haben wir es. Ja, ja, eben. Das ist jetzt nur halt allein, bis sie frickelig. Ja, das ist für alleine zu zweit, meine ich. So gut geeignet. Oh Gott, hier geht es schon wieder weiter mit den Matheaufgaben. So, jetzt wird subtrahiert. So. Weiß minus grün ist grün. Grün minus grün ist weiß. Weiß minus weiß ist weiß. Und grün minus weiß ist grün. Okay. So, was sagt das hier? The patterns look important. You make a note. Key 2. Und da geht es nach oben. Deneben ist noch irgendwas. Hier ist noch eine Bonus-Chest. Die nehme ich mir mal mit. Bonus! Bonus-Chain-Leggings. Und noch ein paar Arrows. Und zwei Gold-Ingots habe ich. Und noch ein paar Torches. Das ist ja ganz toll, Timge. Ja. So, die ziehe ich mal gleich an. Das finde ich sensationell. Oh, sehe ich schick aus. So, hast du dir alles gemerkt? Ach, du bist schon hoch. Okay. Ja, ich bin mal hoch und ich habe alles vergessen. Ja. Okay. Oh, hier gibt es wieder Bötchen, Timge. Hier gibt es Bötchen? Ja. In der Dart. Ich habe ja noch eins. Oh Gott. Ich bin gleich mal erst mal ins Wasser gefallen. So, fährst du los? So, das ist mal hier eingesammelt. Gleich mal hier. Und mal ein Boot geschnappt. Und dann folge ich dir nämlich einfach mal unauffällig. Ja, gucken wir mal, wie wir hier so... Wo ist... Oh Gott, wo ist denn jetzt das Boot hingefahren? Ich... Ich weiß nicht, es ist rausgefahren. Ja, und ich hänge hier irgendwo und... Wie? Oh Gott, Hilfe. Käse, ich hänge fest. Wie du hängst fest. Oh nein, du bist irgendein... Ich bin in irgendeinem Glitch geraten. Okay. Zum Opfer gefallen. Oh nein, jetzt bin ich hier durch ein Boot. Okay, jetzt bin ich im Boot. Und jetzt fahre ich los, irgendwo hin. Ja, ja, das ist hier nicht so leicht zu manövrieren, weißt du? Oh, oh, ja, ich merke schon, ich merke schon. Ich gebe mein Bestes, aber... Oh Gott. Hilfe, wo bin ich denn hier? Ich drehe mich im Kreis, Käse. Ja, ja, ich drehe mich auch hier und da. Oh je. Das war stark. Au, au, jetzt habe ich in den Kopf gestoßen. Ich glaube, es geht hier links, da. Okay, da runter, meinst du? Oh je. Aber ich kann da einfach nicht richtig hin manövrieren. Oh je, meine. Oh je, oh Gott, ich bin ab. Oh ja, mein Boot ist auch am Arsch. Oh je. Naja, das passiert, gell? Du, Käse, wir haben ein Problem. Welches? Wo bist du denn? Hier oben. Ach, da oben kommst du. Komm mal her, guck dir das mal an. Weißt du es noch? Ähm, ja, ja, so grob weiß ich es glaube ich noch, ja. Also bei der Subtraktion ist grün dominant. Also wenn wir weiß und grün oder grün und weiß abziehen, dann gibt es immer grün. Okay. Weiß und weiß gibt weiß. Weiß minus weiß gibt weiß, ja. Also jetzt machen wir erstmal die, die unterschiedlich sind. Ja. Also links oben kommt demnach ein grünes hin. Weiß und grün. Dann in der Mitte weiß man weiß noch nicht, lassen wir weg. Dann oben rechts kommt wieder ein grünes hin. Mhm. Dann Mitte erstes lassen wir weg, weil zwei weiße. Mitte Mitte kommt wieder ein grünes. Mhm. Und dann kommt wieder ein leeres. Dann kommt unten links kommt auch ein grünes hin. So, und jetzt, wie war es? Weiß und weiß gibt... Weiß minus weiß gibt... War das beides weiß dann? Grün und grün gibt weiß und... Ja, meine ich schon. So, naja, hau einfach mal den Rest in mit weiß voll und dann werden wir es... Sehen wir mal. Okay. werden wir es ausprobieren, ja. Ja, dann leg mal ein paar Hebel um, Kies. Ja, ich guck dir dabei zu. Äh. Okay. Hä? Also. Ähm. Dö, dö, död. Dann kommst du da rüber und du da rüber und... Jeder ohne... Ah, noch. Hm. Ist das jetzt richtig? Alle weißen nach links. Könnte natürlich theoretisch auch andersrum sein, ne? Ja, ja, natürlich. Jetzt müssen wir halt einfach alle umdrehen, ne? Dreh dich und dreh dich. Ja, und... Äh... Eine mittlere Reihe habe ich noch nicht. Oh Gott, Tim, wir sollten das wirklich nicht... Nee, nee, das muss... Das muss umgedreht werden. Grün zeigt nach links, ja. Und der hier. Das da drüben muss auch noch... Genau. So, das hat jetzt aber nicht gestimmt. Das hat noch nicht gepasst. Hm. Äh, verfluchte Axt. Verflixt? Irgendwo haben wir uns verrechnet, Käse. Würde ich sagen. Äh. 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 Weiß und grün, grün, grün. Haben wir irgendwie einen Fehler gemacht? Vielleicht ist grün und grün halt doch grün. Und... Äh. Warte mal, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Grün und grün haben wir als weiß gesetzt. Ja. Aber vielleicht ist grün minus grün, halt doch grün. Könnte natürlich auch sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe keine Ahnung mehr, Käse. Ich bin vollkommen aufgeschmissen. Äh. Ja gut, lass uns das halt mal ausprobieren. Das ist halt jetzt nervig, dass wir es durchchecken müssen, ne? Ja. Also wenn grün und grün nicht weiß ist, sondern auch grün. Ja. Dann müssen wir welchen noch umlegen. Äh. Den in die andere Richtung. Und. Den in die andere Richtung. Jetzt kannst du den hier unten lassen. Ja genau, jetzt kann es natürlich wieder sein, dass alles andersrum ist, ne? Oh je, um Gottes Willen. Also ich mach... Dann machst du die erste Reihe, ich mach mal die letzte Reihe. Ja. Nein! Nein, was? Ja, den hab ich doch schon. Achso, den hier auch. Ja, ich hab hier diese Spalte. Achso, dann haben wir aneinander vorbeigeredet quasi. Ach ja, Zeilen und Spalten. Ja. Ich hab ja von Reihen geredet. So, haben wir jetzt alle umgelegt? Ich glaub, das finden wir nicht mehr raus, Käse. Hab ich so das Gefühl. Ja, ich glaub auch. Da müssen wir den alten Käsetrick anwenden. Mensch, ich gucke weg und du machst die Tür auf. Ups, wir haben's gelöst. Ja, wir sind so schlau. Wir sind so schlau. Was sind solche Rätselmeisterkäse? Ja. Muss man sich hier den Zettel nehmen und es aufschreibe doch. Oh Gott. Das müssen wir gleichzeitig machen, glaub ich, ja. Und jetzt können wir hier... Achso, da können wir umlegen. Können wir da irgendwo was zugreifen auch noch? Ja. Ja. Oh je, jetzt wird's aber wirklich kompliziert, gell? Jetzt können wir den auch noch verlängern hier oder verkürzen. Mach mal auf vier. So, schauen wir doch mal, ob die alle gleich gesetzt sind. Ne, hier... Ach, die sind unterschiedlich gesetzt. Das ist natürlich fies. Ja, komm, lass einfach mal anmachen und dann am Schluss gucken. Ja, probier mal. Ja, nee, wir müssen sie ja beide gleichzeitig anklicken. Beide gleichzeitig anklicken. Sonst wissen wir ja nicht, wer schneller oder langsamer läuft. Ja. Oh, jetzt, ähm... Du Nase. Eio. Ich konnte mich halt nicht zurückhalten. Gleichzeitig. Bei drei. Ja. Eins, zwei, drei. Äh, ich hab gar nichts gesehen. Oh, die Tür ist aber aufgegangen. Ja. Ich glaub, ja. Warte mal. Dann schnell hinrennen, oder? Bei drei wieder. Eins, zwei, drei. Und renn, Käse. Renn, 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 renn. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin durch. Oh, ich nicht. Mist. Naja, gut. Äh, haust du mal kurz noch. Ja, ja, ich haue. Ha? Puff. Sehr gut. Danke dir, Käse. Sehr gern. Das war jetzt nicht... Das war nicht cheaten, gell? Nein, nein, nein. Das war okay. Du hast es ja gepackt. Ganz locker. Ja, ja. Ich hab's geschafft. So. Ich hab's geschafft. Wie du, da ist ein... Ein Creeper. So, soll ich denn mal hier ein bisschen abfangen? Pfeil und Bogen. Oh je, scheiße. Hat er irgendwo was kaputt gemacht? Nee, ich glaub, hier ist eine... Ja, hier ist okay. Kein Thema gewesen. Oh, da ist noch... Da ist ein Schleim. Oh, ein Schleim. Wow. Sieh mal keiner an. Was, ein seltener Gast. Noch nie in freier Wildbahn gesehen. Nee. Ja, ich komme auch nicht so häufig vor. Oh Gott, weißt du was, Käse? Was? Jetzt wird's richtig kompliziert. Noch kompliziert. Jetzt müssen wir... Oh, yes. Yes, yes, Maria und die Josef. Nee, also ich glaub, das packen wir nicht. Jetzt müssen wir ja auch noch zwei lösen. Oder was? Wie jetzt, hä? Ja, wir wissen aber noch nicht mal mehr, wie es war, oder? Hau die Türen ein, Käse. Nicht lange gefackelt. Ich nehm die... die Spitzdingen da. Und du haust mal hier die Türen kurz und klein. Ja, aber wir wissen nicht mal. Naja, das lösen wir doch sowieso nicht. Wir wissen ja noch nicht mal mehr, wie es genau war. Darum macht das ja wenig Wert. Es gibt irgendwas. Und das müssen wir dann wieder addieren. Und tralalala. Boah, das ist ja vollmächtig. Ja. Das ist viel zu anstrengend, Käse. Ja, das ist... Da müssen wir ja sogar ein Zwischenergebnis brauchen wir ja, weißt du. Ja, ja. So, da haben wir reingeguckt. Ist da was? So, da gibt's ne Kiste. Mehr nicht. Guckst du in die Kiste? Oh, hier ist... Oh, ja, da ist ne Redstone-Torch unten. Ja, ich glaube, wir haben's gelöst, Käse. Das war jetzt natürlich schmug, gell? Ja, das war echt schmug. Das war schimmlig. Also unser Mind ist nicht so hoch vergeistert irgendwie, ne? Okay, und hier ist wahrscheinlich der... Der heilige Ausgang. Der Ausgang vom Trial of Mind. Genau. Oh je. So, du mal vorgelernt. Ich hinterhergehobbelt da. Ja, aber, ja, aber... So, sehr gut. Wir haben's gelöst, Käse. Wir sind die Meister des Mindes. Mindes. Ja, die Mind-Meister. Mind-Meister? Ja, auf jeden Fall. Master-Mind etwa? Hm, unter Umständen. War doch mal so ein Spiel, ne? So Pöppeln irgendwie. So, was steht hier? So, was steht hier? Hand of Trial, Temporary Rules over. Okay. Ja, gut. Wir haben's ja gar nicht auf, ne? Nee. Ja, ja. Destroying Rule. Nee, behalten wir. Aber nur, um damit anzugeben. Hä? Hä? Ups. Hilfe. Oh je, hier ist es stockenduster. Ja. Ich muss hier, glaube ich, mal eine Fackel platzieren irgendwo. Ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Oh, ouch. Au, au. Okay. Gott. Ähm. Lernst du... Lern dich mal hoch, Käse. Ja, Jesus. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich grabe ein bisschen Verlag. Ja, ja, da ist bestimmt hier Lehm oder so, oder? Ist da Lehm? Ich hab Gott. Keine Ahnung. Oh, Timpje. Au. Oh, sorry. Wir prügeln uns jetzt gegenseitig, oder was? Ich hänge fest. Hängst du auch fest? Ich, ich, ich weiß nicht. Ich hänge irgendwie in dir drin oder so. Oh. Oh, warte mal. Oh, kacke. Oh, ist hier ein Boot irgendwo oder sowas? Oh Gott. Wieso ist denn hier? Wieso kann ich denn nicht? Ich weiß es nicht. Oh je. Aber ich verpasste jetzt. Oh je. Oh je, warte mal. Ich muss da mal. Okay. So, ich, ich bohre mal nach oben, ja? Ja. Oh je. Oh Gott. Oh je, schnell auftauchen. Das war ja zu schräg irgendwie. Oh Gott, wir sind mitten im Seekäse. Das war kompliziert. Pass auf, dass du da dich nicht einsaugen lässt. Ja, das wäre jetzt dumm, ja. Ja, sonst fangen wir das Trial of Mind gerade wieder an. Wirklich dringend mal irgendwas essen. Oh ja, ich auch. Ich fände mir mal so auf. Schnell ans Ufer und was gegessen erst mal, ne? So, unter Wasser essen oder was machst du? Ja, ich, 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 ich kann es mir nicht verkneifen. Ja, ich muss jetzt einfach schnell mal knuspern hier. So, ich knusper auch mal. Wir haben ja, wir haben, so, schnell mal hier ein bisschen Schweinchen geknuspert. Und mal, ja. So, Tim, das haben wir geschimmellöst. Ja, auf jeden Fall geschimmellöst, würde ich es nennen. Auch geschimmellöst ist ja gelöst. Ja, im Endeffekt schon, oder? Ähm, mit unserer überlegenen geistigen Stärke. So, du mal voran, ich mal hinterher. So. Oh, jetzt hast du mich da abgedrängt, du. Echt? Das wollte ich natürlich nicht. Du bist so ein fieser Lump. So, da haben wir zum Schweinchen gelernt. Ja, komm. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ui, ist es so. Okay. Okay, okay. Also, ich dir mal gefolgt. Jawohl. Auf jeden Fall. Child of Mind, Stich im Bild. Halb besiegt.